Hallo, vielleicht mal auffüllen? Ähm, wenn der uns den Weg abschneidet, dann ist das ein bisschen doof. Der Start muss gut sein. So. Jetzt warten. So. Perfekt. Und jetzt geht das doch mal. Ja, der Start muss eben immer schön schnell sein. Ansonsten drängt er einen wirklich vom Weg ab. Der ist ein bisschen unfair. Dö, 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 dö. Vermalleidet. Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey du, wie wär's mit einer Revanche? Gewinnst du gewirrtes Pferd dir? Ja, 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 ja. Safe State. Of course. Miss, jetzt hat er mich schon überholt. Jetzt muss ich ihn schnell überholen. Jetzt kann ich einen echt schönen Weg abschneiden, auch sowieso. So. Perfekt. So. Geschafft. Und damit hätten wir das Pferd gewonnen. Wie kann das sein? Ist das wirklich, Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zählen? Ich wollte Epona dem mächtigen Grendorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermalleidet. Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen, das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm lasst du mit dir nicht verlassen. Miha-ha-ha. Hält er mich wirklich für so doof? Guck dir doch mal das an, was ich so kann. Ja, Moment. Normalerweise. Normalerweise sollte er darüber springen können. Sprung reiten, das ist doch... Warum geht das nicht? Gut, okay, das war die Wand. Epona. Zumindest hat er schon mal Epona. Würdest du mal bitte in die Richtung laufen, die ich will? Also in Falle der Pferd war das um einiges leichter. So. Jetzt. Ja, lauf doch nicht gegen die Wand, verdammtes Pferd. Und umgekehrte Steuerung? Eigentlich, wenn man rückwärts geht. Das war schon immer so. Aber das Spiel, denkst du so. Hallo. Yes. Oh, schön. Okay, man muss ziemlich früh anlauf nehmen. Yay, ich hab ein Pferd. Wuhu. Dann ist in der Aufnahme wirklich viel passiert, muss ich sagen. So, das Gute ist, wir können uns jetzt irgendwo... Also, wir können den Bogen benutzen. Und wir können irgendwo hingehen. Und... Es ist eigentlich scheißegal, wo wir hingehen, weil... Wir können mit Eponas Lied Epona immer wieder ranholen. Aber ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.